Hi, hier ist Jan von Gewitter im Kopf und gönne deine Musik bei TubeLive. Du Arschloch. Guten Morgen. Bewegt dein Arsch. Guten Morgen, hier ist Jan von Gewitter im Kopf und gönne deine Musik bei TubeLive. Du kriegst Hohenfrips. Die Gisela... Aua, es tut so weh. Bitte steck dir nur zur Hälfte rein. Okay. Pudding. Pudding. Abi-Apfel. Bermi-Ball. Semi-Hepatitis A. Oh. 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 Schnell zumachen. Volkanausbruch. Jetzt habe ich auch seine Walmknochen betont. Nein. Oh. Und sein Penis. Der Pferd ist Alarmisch. Ich the- Dich er Affe wird Ninas. Der Schimpanse. Mörder. Weg mit die Fiecher! Hitler! Na! Das hat nichts mehr mit einem Big Mac zu tun! Der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun. Ich hau das in die Pfanne. Welches Wasser trinken Firmenchefs? Läutungswasser. Da drehte sich ein Mann um und er sagte, ich kenne Sie, ich kenne Sie, Sie sind doch die Mutter vom Young. Ich kenne Sie, ich kenne Sie, ich weiß wohl ein Hauswund. Boah, du machst mir Angst da mal. Okay, nächste Aufgabe. Ich habe hier eine oder eine Chips-Tüte. Die ist offen. Ich habe gehört, dass der Nagellack ausverkauft ist. Das ist traurig. Oh nein, die Bibi ist arbeitslos. Äh, Arm. Hit-Barm. Den Steigbügel nimmst du quasi so unter den Arm. Dann misst du aus quasi von deinem Arm bis... Genau so. Alter! Da! Oh! Ah! Lachst du auch über Jans Sprüche? Ja, natürlich. Muss man auch sagen. Ich lache über dein Gesicht. Nein! Du und so! Bella macht den Knoblauch. Ich mache die Zwiebel. Komm, schlägen drum. Bella riecht dort Knoblauch. Nächste Runde. TJ, erkläre. Erkläre, was müssen wir tun? Ist das nicht Coca-Cola? Man weiß nicht, welche Marke es ist. Es ist ja abgeklebt. Ah! Ja, okay. Am Ende kommt es nochmal in den Ofen. Wie Anne Frank! Jetzt kommt der Wettbewerb. Bella, stellst du die Lannikarten zurück? Ich halte sie fest. Zurück an Herdfotzer! Ha! 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 Ich halte wie Foxberg an! Unser nächstes Objekt hat die Form einer... Ha! Deine Judenmütze! Ich will die Glocken. Ja, klar, ich kenne dich, aber ich glaube, momentan effizient... Und dich will er nicht kennen! Klar. Flittchen! Da! Du kleines Flittchen. Ich werde nicht gefährden! Einen besseren Freund kann der Jan sich ja gar nicht wünschen. Boah, Dankeschön, da werde ich ja ganz rot. Das sehe ich anders! Pferdesalami! Gisela, so kreativ ist, finde ich so erstaunlich. Also ich konnte nicht mal so kreativ sein. Und du hast einfach nichts im Kasten. Was würdest du denn gerne mal ausprobieren? Anna! Hä? Das kenn ich mal. Aaaaaaah! Anna, Handy weg am Tisch! Der Handy-Potet! Wie geht das denn ab? Wo? Wo? Mh! Oh! Machi, machi! Machi, machi, machi! Machi, machi! Oh, ist das schöne, machi, machi! Wie Parachi! In Palachi! Ha! Ja! 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 Ja, ja! Kanäle! Und die sagten, boah, das ist doch die Mutter vom Jan! Lass sie mal bumsen! Mh! Oh, das erführt mich! Deine Taktik war insane gut! Aufgerissen und dann rausgepresst! Wie ein Kreißsaal! Ja, wie ein Kreißsaal! Du bist heute besonders hässlich! Nein! Das ist deine normale Stimme, oder? Ja! 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 Ja, ich bin Heidi Klum! Um so ein bisschen mehr in dieses... Das liegt ja auch zusammen! Nein! Was ist das Teuerste, was Jan bzw. Gisela von dir kaputt gemacht hat? Deine Ehre! Oh, Santa Claus ist versaut! Ich hab jetzt mal den Elektros schon geholt, vielleicht geht das ein bisschen besser. Oh, lecker! Fick dich! Töhrrö! Sag ich, ob ihr die essen würdet oder nicht! Frisch das! Wir können zusammen lachen, ihr beide sitzen hier mit einem behinderten Jungen und Jan von Gewitter im Kopf. Wir fangen mal langsam an. Aber wer weiß. Hoffentlich geht es nicht kaputt. Heckshots! Oh nein, mein Headshot! Ganz kurz Tim, wo hoffst du denn, wo du jetzt landest? Mary, fuck oder kill? Ich hoffe ja noch bei dir. Ich habe Besucher alles. Bumm! Du bist entsetzlich entstellt! Nein! Du bist hässlich! Hä? Arsch! Bumm! Fick dich! Du siehst aus wie ein Säureopfer! Nein! Boah, ich bin als Kameramann um dich nicht zu gebrauchen! Hä? Du wirst du nicht zu gebrauchen! Mach dich raus hier! Wo sind mir die Jardinen hin? Für Christopher ist auch Frühstückszeit! Nein! Dann ist die dritte Flasche heute! Hitler! Hu! Du wolltest dich gerade ausziehen! Pack die Wampa ein! Ich bin wirklich seriös! Das ist nur eine Wichstücher! Nein! Wow! Willst du dich vergasen oder was? Hitler! Dann kamen wir dann irgendwann mal zum Fernsehen gucken dazu und sagte Mama ich muss mit dir reden! Ich muss dir was sagen! Ich stehe auf Männer! Ja! Fick dich! Das ist für mich überhaupt kein Problem! Hab ich auch! Lass mich zusammen Schwänze lutschen! Na! Hab ich schon gewusst! Nein! Tüte dich! Ich verbringe sehr viel Zeit mit Freunden! Was machst du gerne? Aha! Koks! Koks und Nutten! Der Rieser besucht mich! Das gefällt der CDU gar nicht! Nein! Koka ist Bombe! Nein! Ich spreche! Ein Attentat! Bumm! Nein! Die würde ich bumsen? Okay! Hä? Sonny Boobs! Waaah! Fände sauer! Was darfst du gerade haben? Hä? Saufen! Vulkanausbruch! Das ist nicht so greifbar für mich noch! Mhm! Für uns auch nicht! Hä? Dein Umfang ist sehr greifbar! Manu! Hast du, hast du irgendeine Freizeitbeschäftigung? Ich bin Hobby los! Ahahaha! Hahahaha! Die Frage ist, wer von uns ist jetzt dick und wer ist doof? Das würde mich mal interessieren! Nein! Du bist beides! Dankeschön! Mh! Ah! Ah! Baby Apfel! Baby Ball! Spritzgebäck vom Fickol aus! Er schneidet einfach die ganze Zwiebel, aber in Würfel, okay? Ah, Milchzwiebel! PENIS! Hä? Wo? Wo? Wo ist die Banane? Im Cottbus ist sie nicht! Nein! Wo? Wo ist die Banane? Wo? Wo ist die Banane? Wo ist die Banane? So! Ähm, ich bin behindert! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal! Was für ein Move! Ahahaha! 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 Die Seite rein! Mh! Das ist die SM-Studio! So! Bumm! Jetzt strahlst du schon ein bisschen mehr, das betont deine Augen! Hä? Die strahlt wie ein Schärnerbühle! Höh! Höh! Guck mal die Sterne! Aua! In die Linke oder bist du Rechtshänder oder Linger? Ja, Rechtshänder! Ja, also nimmst du direkt Rechse und die Linke und dann strah... Oh! Ja! Alarm! Ist einfach schon da! Rapunzel lasst sein Schwanz herunter! Hö! Na! Ich schritt aus! Du wirst gewusstet! YouTube? Ja, ja. Die macht die U-Porn. Hitler! Braves Hütchen! Ja! Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ich finde es eigentlich ganz witzig geworden. Und dass wir uns einfach in unseren nächsten Videos wiedersehen. Ja. Wenn wir euch jetzt nicht zu sehr verstört haben. Macht's gut. Macht's gut. Ich fand's auch sehr gut. Das juckt keinen!